Jane gibt ihren Traum, nach Afrika zu gehen, nie auf. Sie wird Sekretärin und kellnert nebenher, um möglichst schnell Geld zu verdienen für die Fahrt nach Afrika. Mit 23 schafft sie es. Sie kommt nach Afrika und fühlt sich dort gleich zu Hause. Auch dort arbeitet sie als Sekretärin an einem Museum und darf schließlich in den Dschungel, um Affen zu erforschen. Ihre Forschungen beweisen, dass Schimpansen uns ähnlicher sind, als bis dahin bekannt war. Sie benutzen Werkzeuge, wie wir. Und sie haben Gefühle, wie wir. Das ist eine ganz, ganz große wissenschaftliche Entdeckung. Jane Goodall kämpft dafür, dass alle Lebewesen auf unserem Planeten mit Respekt behandelt werden. Sie ist fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne von uns die Welt tagtäglich ein bisschen besser machen kann mit dem, was wir tun.